Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 74 und es freut mich natürlich wie immer, dass ihr eingeschalten habt und ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt wunderschöne zwei Wochen ohne oder zwei Wochenenden ohne einen Alpcast zurechtgekommen seid, ich bin mir sicher, aber ich hoffe auch, dass ihr natürlich wunderschöne Touren gemacht habt und dass ihr diese ganzen guten Wetterperioden für euch nutzen konntet. Jedenfalls muss ich sagen, erstmal Entschuldigung, dass jetzt zwei Wochen lang gar nichts kam oder dass zwei Wochenende lang gar nichts kam, denn naja, es war viel los und vor allen Dingen war viel Ungeplantes los, die letzte Zeit war wirklich etwas schwierig, erst vorm Urlaub krank gewesen, dann in den Urlaub, dann im Urlaub kein Equipment dabei gehabt, um Podcasts zu machen, ehrlicherweise auch keine Zeit und dann nach dem Urlaub wieder erstmal krank und das bis jetzt, bis heute, nämlich habe ich mir dann direkt nach dem Urlaub auch noch Corona eingefangen und das gar nicht mal so harmlos, sondern doch relativ stark. Und ja, darunter leide ich bis zum heutigen Tag, deshalb wird auch die heutige Podcast-Episode etwas mehr geschnitten, beziehungsweise wird es ja auch insgesamt nicht so lange gehen können. Ich bitte da ein bisschen um Nachsicht, da auch meine Stimme und mein Hals und meine Lunge immer noch sehr angeschlagen sind. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, diese Corona-Infektion, die ist doch irgendwie, ja, die nimmt mich doch sehr viel mehr mit, als ich das erwartet habe oder als ich das befürchtet hätte, als ich das noch nicht hatte, wobei man das natürlich immer nicht weiß, also es ist ja immer so ein bisschen pokern, ob man da jetzt einen schweren Verlauf hat, einen leichten Verlauf, gar nichts merkt, da ist es ja irgendwie wirklich bei jedem so ein bisschen anders. Interessanterweise bei uns in der Familie, die Leute, die es schon hatten, haben alle sehr, sehr ähnliche Symptome und auch eine sehr ähnliche Dauer und einen sehr ähnlichen Verlauf geschildert, so wie ich auch. Also es läuft sehr ähnlich ab innerhalb von einer Familie, zumindest bei uns ist das so. Das finde ich ganz spannend, weil das wusste ich nicht, dass das vielleicht sogar auch irgendwo, es da irgendwo einen Zusammenhang gibt, aber da muss ich ehrlicherweise auch sagen, dazu bin ich zu wenig in diesem Thema drinnen. Jedenfalls fesselt mich diese Corona-Infektion jetzt doch schon seit einer Woche und ich bin mir sicher, dass das noch deutlich länger gehen wird. Eine Woche ist jetzt rum, aber der Husten ist immer noch sehr stark, der Schnupfen ist immer noch sehr stark und auch die allgemeine Verfassung ist wirklich schlecht. Also ich merke das, ich habe einen sehr hohen Puls, also fit bin ich jedenfalls noch nicht. Ich habe normalerweise so einen Ruhepuls von 55, 53, jetzt bin ich gerade um die 80 und das gibt mir immer so ein bisschen das Zeichen, dass mein Körper mit irgendwas zu kämpfen hat und mit irgendwas um sich schlägt und dass da irgendwas nicht passt. Ich bin auch mit dem Kopf leider noch nicht so ganz da, deswegen unterhalten wir uns heute über leichte Kost, wobei leichte Kost, ja das stimmt eigentlich auch gar nicht so wirklich, aber ich bin auf jeden Fall ein großer Freund von diesem Thema geworden seit dem Urlaub, also seit einem Teil dieses Urlaubs, aber auch durch sehr viele Geschichten, die ich jetzt gehört habe und durch ein Instagram-Posting, nämlich durch eine Werbeanzeige auf Instagram. Ich verbringe auf dieser Plattform genau gar keine Zeit, einmal im Monat oder sowas, poste ich da ein Bild, damit Leute auf Instagram auch wissen, dass ich noch lebe, damit auch, also ich sage das ganz ehrlich, ich mache das auch immer wieder dann, damit die Leute auch mal wieder sehen, okay sie können mich auch über diesen Kanal erreichen. Viele Leute wollen mir einfach keine Mails schreiben und immer wieder, wenn ich was poste, dann kriege ich sehr viele Instagram-Nachrichten mit Themen, die die Leute beschäftigen und das ist dann für mich auch immer so ein bisschen eine Hilfe, was interessiert die Damen und Herren in meiner Community aktuell denn überhaupt so und so ist das für mich auch immer ein ganz netter Weg, um wieder neue Themen anschneiden zu können oder eure Interessen festzustellen. Jedenfalls habe ich auf Instagram dann eine Werbeanzeige in diesen Storys bekommen und diese Storys sind ja immer ganz witzig, weil die klickt man halt schnell durch und dann hat man genau gar nichts Neues über die Welt gelernt, sondern die verwendet man ja irgendwie nur, wenn man Trash produzieren will, aber halt sich immer noch irgendwo platzieren möchte. Und unter diesem Trash war jedenfalls auch der Alpenverein, ach wie passend, und da war ein Spendenaufruf für die Stüdelhütte am Großglockner und ich fand das, also ja, da fällt mir gar nichts mehr ein, aber ich finde das ist ein guter Aufhänger auch für diese Podcast-Episode. Wir lassen das Thema jetzt hier mal so stehen, das mit der Stüdelhütte, wir greifen das später nochmal auf, weil sich diese ganze Absurdität dann erst so richtig bemerkbar macht, wenn man darüber nochmal ein bisschen Fleisch gepackt hat, wenn man da nochmal ein bisschen Kontext hat. Deshalb reden wir heute über diese Tourismusfalle Berg, über die Tourismusfalle der Hütten. Ich bin ja selber kein Freund von Berghütten, ich bin da, also ich nutze sie gelegentlich, weil manchmal lohnt es sich, manchmal macht es Touren erst so richtig zum Genuss, wenn man eine Berghütte in Anspruch nehmen kann. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass Hütten keine Existenzberechtigung haben und dass ich sie nicht brauche und dass niemand sie braucht und dass sie überflüssig sind. Das überhaupt nicht. Wir leben aber durchaus in einer Zeit, in der man über die Existenz mancher Hütten vielleicht auch nachdenken könnte, aber sie sind ja alle selbst erhalten. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich sie quasi als Steuerzahler finanzieren, insofern ist das ja auch alles nichts, worüber man diskutieren muss, die Hütten, es gibt sie und es ist schön, dass sie erhalten werden. Es ist auch immer so ein bisschen ein Kulturgut, aber über Hütten an sich und über die Funktion und woher sie kommen, darüber haben wir schon mal eine Podcast-Episode gemacht. Deswegen ist das jetzt eigentlich nicht unbedingt das Thema, um das es heute gehen soll. Es soll heute vielmehr darum gehen, wie Hütten eigentlich in dieser Tourismus-Schiene im Bergsteigen funktionieren und selbst mittlerweile auf Bereiche übergreifen, wo Tourismus eigentlich gar nicht mehr existent ist, sondern es tatsächlich um Alpinismus gehen sollte, tut es ja in der Praxis eh auch nicht, aber sollte halt eigentlich. Da gibt es Hütten, vor allen Dingen zum Beispiel in der Schweiz, das sind ja keine Hütten, das sind ja Hotels, Ressorts, Spas, wie auch immer man diesen ganzen Schwachsinn eigentlich nennt, aber mit Hütten hat das ja im ursprünglichen Sinne nichts mehr zu tun. Sie liegen einfach nur relativ hoch, aber von der Idee her ist es eigentlich so eine Tourismus-Schiene, die hier erfüllt wird, ein Tourismus-Bedürfnis, das hier erfüllt wird. Und das ist schräg, weil man sich irgendwie fast schon unwohl fühlt, wenn man da im Prinzip verschwitzt, über die Türschwelle tritt, weil das alles so fancy ist und so exklusiv wirken soll. Und gleichzeitig gibt es dann auch Hütten, die diesen Anspruch haben, aber nicht unbedingt dieses, beziehungsweise auch die Klientel haben, aber dann irgendwie nicht wirklich das erfüllen. Also das sind halt dann alte Hütten, ich denke da zum Beispiel an die Mantowa-Hütte, Monte Rosa, wobei Monte Rosa stimmt nicht, Mantowa stimmt, die Nifetti-Hütte, also die ganzen, der anderen Seite im Prinzip. Die Monte Rosa ist wieder was eigenes, die trifft ja eher schon mehr in die Richtung Spa-Ressort, aber gerade auf der italienischen Seite sind die Hütten ja doch nochmal ein bisschen rustikaler. Refugio Emanuel, das sind Hütten, die haben eigentlich jetzt nicht unbedingt diese, die vermitteln nicht unbedingt das Bild dieser Hotels und Ressorts, aber auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel die Preise dieser Hütten anschaut, dann ist das natürlich, das sind Phantasi-Preise. Also in Wirklichkeit könnte man auch einfach sagen, hey wir würfeln die Preise jetzt, wir schauen wie viel kann man eigentlich machen und verlangen das dann einfach und eigentlich ist es komplett wurscht, weil die Masse der Leute braucht zum Beispiel gerade bei solchen Touren diese Hütten als Zwischenstopp, weil sie es sonst in einem Tag unmöglich umsetzen könnten. Und da zähle ich mich auch dazu, also wenn man sich jetzt überlegt, dass man von der italienischen Seite an einem Tag beispielsweise auf die Dufour-Spitze und wieder runter möchte oder auf den Liscamp oder eigentlich vollkommen wurscht, Parod-Spitze und wieder runter möchte, dann muss man ja zu einer Uhrzeit starten, zu der die Bahn noch nicht fährt. Da fährt die Bahn noch nicht hoch, Ärger, man muss auch diese Höhenmeter überwinden, das bedeutet, unterm Strich hat man rund 3000 Höhenmeter Aufstieg und Abstieg vor sich und das muss man natürlich auch in der Zeit machen, in der die Spaltensituation und die Gletscherbrücken und so weiter, in der das noch alles nicht gleich ist. Das heißt, man startet da um Mitternacht los, damit man zu einer guten Zeit unterwegs ist. Das ist natürlich, natürlich ist das nicht jedem zumutbar und natürlich sollte das nicht unbedingt unser Anspruch sein, dass jeder so Touren betreibt. Wie gesagt, die Hütten haben ja ihre Existenzberechtigung, aber natürlich wissen das auch die Hütten. Im Prinzip kann man von der Monopolstellung reden bei diesen Hütten und gut, in dem Fall ist es nicht ganz so, weil es doch zwei Hütten gibt, die miteinander konkurrieren können, aber es ist schon, eigentlich ist es eine abgesprochene Sache. Also wenn man sagt, das ist kein Monopol, weil es gibt ja zwei Hütten, dann ist das eine schlechte Argumentation, weil die sind im Preis ja genauso abgesprochen. Also es ist ja ein Witz, aber wenn man sich die Preise anschaut, dann weiß man, dass es halt eigentlich an den Haaren herbeigezogen ist und auch diese, ich sag jetzt mal, Argumentation, dass man sagt, naja, diese Hütten, die sind halt auch schwer zu beliefern, da kommt jeden zweiten Tag der Helikopter und so weiter, das kostet sehr viel Geld. Also zum einen, diese Hütten werden durch die Dachverbände natürlich auch unterstützt in der Organisation und in der Logistik, da rein, wenn sie das wirklich alles komplett selbst bezahlen müssten, dann werden diese Preise ja auch wirklich angebracht, aber dann würde halt auch niemand da oben von dem leben können. Aber im Gegenteil, es ist ja so, dass diese Leute durchaus sehr gut davon leben können und das Schräge meiner Meinung nach ist, ist, dass wir heute auf diesen Hütten ja vor allen Dingen Personal finden, das jetzt nicht unbedingt perfekt geschult ist, oftmals Personal finden, das aus dem ehemaligen Ostblock oder aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und so weiter kommt, um hier zu arbeiten als Saisonarbeitskraft, im Prinzip dasselbe Prinzip, wie man es aus der Pflege kennt, wir sind halt nicht mehr bereit, heimisches Personal zu bezahlen, weil die sind halt nicht so, die sind halt nicht so einfach, unter Anführungszeichen, mit geringen Summen abzuspeisen, weil sie ja die lokalen Lebensbedingungen bezahlen müssen, ergo wissen sie auch, was sie für ihre Arbeitsleistung verlangen müssen, damit sie selber überleben können. Das ist natürlich bei Arbeitskräften, die aus dem Osten kommen und dadurch geringere Lebenshaltungskosten dort haben, etwas ganz anderes, die kann man für weniger Geld abspeisen und das wird in der Gastronomie in den Alten überall so betrieben. Dafür muss man nicht nur auf die Hütten schauen, dafür kann man überall in jedem Tourismusort in Tirol beispielsweise schauen, aber auch in Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, es ist überall das Gleiche und es ist natürlich eine Schande für diese Industrie, für die Branche. Ich persönlich finde jeder Betrieb, der nicht bereit ist, heimischen Personen einen Arbeitsplatz zu geben, weil er einfach nicht so viel Geld bezahlen will, sollte sich im Grund und Boden schämen, das ist absolut frech. Nicht, weil ich den Leuten aus dem Osten nicht die Arbeitsplätze vergönnt bin, sondern weil es hier einfach nur um die Profitgier der Leute, die die Hütten betreiben, geht und das ist einfach das Allerletzte. Profitgier ist sowas, da bin ich immer komplett raus und sehr leergisch drauf, aber gut, jedenfalls das ist so einer dieser Punkte, wo ich so ein bisschen damit zu kämpfen habe und auf der anderen Seite, diese Massenabfertigung, die zeigt ja auch nicht unbedingt, dass diese Hütten, naja, ich sag jetzt mal, sehr viel Wert auf das Individuum oder auf ein gutes Erlebnis für einen Gast oder Kunden legen, also unter dem Strich ist es ihnen ja komplett scheißegal. Also da sitzen 250 Personen, die werden alle eingepfercht in der Halle und da gibt es dann Essen und da wird dann gegessen und dann ist einfach aus und dann müssen dann die Leute ins Bett und die werden gepfercht in 15er Lager oder in 10er Lager und das sind dann ein paar Räume, es gibt, ja, Duschen gibt es keine, aber es gibt so einen kleinen Waschraum mit zwei Waschbecken, dann gibt es noch so ein paar Plumpsklos und das ist eigentlich so eine Standardhütte. In Italien, ja, streckenweise gibt es die auch so in dem Stil in Südtirol und auch in Tirol noch, aber auch in Tirol legt man mittlerweile mehr Wert auf den Ausbau zu so Luxushütten, damit man halt auch den Preis so ein bisschen rechtfertigen kann, denn in Tirol ist es halt auch so, die Berge hier sind ja sehr austauschbar und in Italien ist es so, dass es gibt wenige Berge, die sehr berühmt sind und auf diesen Bergen tummelt sich natürlich dann der gastronomische und hotelierische Abschaum. Insofern, hier gibt es dann einfach keinerlei Angebot, keinerlei Service, keinerlei Qualität, aber horrende Preise. Man kennt das übrigens auch von Hütten, die das dann ganz interessant gemacht haben und gesagt haben, hey, wir können ja diese Preise anbieten, aber da sagen ja die Leute, das ist ja frech, wenn wir so dreist sind, wir machen einfach das Angebot so fancy, exklusiv, wir bauen die Hütte so ein bisschen um, machen modernes Holz, schönes Holz, so Hörnli-Hütte, Monte Rosa, da wird das dann Margareta-Hütte, also Signalkuppe, das wird dann einfach fancy und dann können wir auch die 100 Euro pro Nacht verlangen, weil es ist ja schön und das ist so ein bisschen diese Hotelzimmer-Logik, aber die funktioniert ja in den Bergen nicht, das ist ja Blödsinn. Und besonders absurd wird das alles eigentlich dann, wenn man wirklich Service oder Qualität mal einfordern würde, weil dann geht man sehr, sehr lang auf Hütten-Suche. Und das liegt einfach an dieser Massenabfertigung. Und wenn, ich sag jetzt mal, Unterkünfte wie die italienischen Hütten, Refugio Emanuel, die Fetti-Hütte und so weiter, wenn die argumentieren, naja, das könnten wir uns ja gar nicht leisten, weil wenn wir nicht so viele Leute unterbringen und hier reinpferchen und abfertigen, dann wird sich das ja auch so ein Helikopterflug und so ein Materialflug, das wird sich ja dann alles überhaupt nicht rechnen. Das ist natürlich Quatsch, also da müssen wir ja nicht lange drum herum reden. Wenn eine Übernachtung auf einer Hütte 100 Euro kostet mit Essen, natürlich, das ist dann immer so Gänge-Essen und so ein Quatsch, das braucht ja auch die Hälfte der Leute in Wirklichkeit nicht. Aber das wird halt dann sozusagen als die Idee des Service verkauft, um die Preise zu rechtfertigen. Weil du kaufst diese ganzen Nahrungsmittel in riesigen Massen ein, die werden dann in einem Bulk mit einer sehr, sehr schweren Helikopterladung angeflogen und dann sind die da. Und natürlich ist so eine Helistunde teuer, aber wenn wir jetzt 100 Euro pro Nase rechnen und wir haben 250 Leute hier untergebracht pro Nacht und der Helikopter muss jede zweite, jeden zweiten Tag oder vielleicht jeden dritten Tag, wenn man wirklich gut haushaltet und das gut managt und organisiert, kommen, dann ist das natürlich ein absoluter Witz. Also das kostet keine Helistunde auf der Welt, weil da rechnest du deine 100 Euro mal 250, das sind 25.000 Euro. Wenn du da zwei Nächte machst, bis der Heli wieder kommen muss, ist natürlich, ja, da müssen wir ja nicht lange drüber reden. Und auch das Personal wird ja nicht gut bezahlt. Auch diese Argumentation, ja, aber das Personal, da muss ich mir die ganzen Personalkosten rechnen, ist ja auch Quatsch. Wie gesagt, die werden ja wirklich schlecht bezahlt. Da geht Kost und Logis, geht vom Lohn weg. Also es ist ja wirklich schräg. Aber gut, verfolgen wir das Ganze einfach mal nicht weiter, sondern schwenken jetzt wieder zurück zu dem Spendenaufruf der Stüddelhütte oder eigentlich des Alpenvereins, der das quasi so weiterleitet oder im großen Stil dann, im großen Stil eine Kampagne draus macht. Ich habe dazu erstmal eine technische Frage. Erstens mal, das ist ja auch so ein bisschen dieses Greenpeace-Prinzip. Ich schalte überall Werbung, dass mir Leute was spenden sollen, damit sie halt irgendeinen Zweck haben. Aber warum investiere ich nicht die Werbegelder in die Projekte? Rechnet sich das wirklich, frage ich mich manchmal. Und bei Greenpeace oder den anderen großen, Peter und so weiter, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, das rechnet sich schon, dass die diese Werbekampagne machen, weil da sitzen ja große Buchhaltungs- und BWL-Abteilungen dahinter, die sich das überlegen, ob sich das rechnet oder nicht und das durchkalkulieren, die werden schon zu einem vernünftigen Entschluss kommen. Aber ob die Stüddelhütte zusammen mit dem Alpenverein diese selbe Logik verfolgt, da bin ich mir nicht sicher. Vor allen Dingen, weil die Zielgruppe ja doch sehr speziell ist. Und ich musste jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Also erstens mal, im ersten Moment dachte ich natürlich, das ist Satire. Das kann eigentlich nur Satire sein. Das kann mir doch keiner erklären, dass das ernst gemeint ist. Die Stüddelhütte ist Systemgastronomie. Die Stüddelhütte hat nichts mit der Bergeinsamkeit oder sonst was zu tun. Und übrigens, die Stüddelhütte ist genauso schlecht oder gut zu versorgen, wie jede andere Hütte in den Ost- und Westalpen, auch jetzt abgesehen natürlich von den Hütten mit Straßenanbindung. Aber zu sagen, dass die Stüddelhütte jetzt irgendwie besonders schwer zu versorgen ist oder besondere Umstände erleiden muss, ist natürlich kompletter Quatsch. Jetzt frage ich mich natürlich, wieso braucht eigentlich die Stüddelhütte spenden? Warum zahle ich denn eigentlich Beiträge an den Alpenverein, wenn dann einzelne Hütten, die über den ÖV... Also, ja. Irgendwie... Hä? Also zum Erein, warum wird das Geld für die Marketingkampagne nicht in die Stüddelhütte gesteckt und zum Erein... Weil das kostet. So Marketingkampagnen bei Meta, die kosten ordentlich. Und gerade wenn die viele Leute erreichen sollen und gerade wenn die über so einen langen Zeitraum gestalten werden. Also huiuiui. Ergo heißt das, dass ich mit meinen Beiträgen beim Alpenverein die Werbekampagnen bei Facebook finanziere? Also ich weiß nicht, dem habe ich nicht zugestimmt. Ich bin mir sicher, es steht irgendwo, dass ich dem auch nicht zustimmen muss, dass die machen können mit dem Geld, was sie wollen. Tun sie ja sowieso. Das ist so eine großartige Fähigkeit. Aber, dass sie Werbekampagnen für eine Hütte machen, die mir so dermaßen am Arsch vorbeigeht. Das ist schon beeindruckend. Also ich finde, da ist mein Geld so als Beitragszahler wirklich gut aufgehoben. Auf der einen Seite ist es aufgrund der Dinge, die ich gerade genannt habe, irgendwie seltsam. Auf der anderen Seite ist es aber auch seltsam, weil die Stüddelhütte ja keine kleine Independent-Hütte irgendwo am Arsch von der Emma ist und da geht niemand wandern und man möchte das Ganze wieder so ein bisschen ankurbeln mit einer Kampagne, dass die Leute wieder in die Region kommen sollen, um auch die Hütte am Leben zu halten und die Kultur dahinter. Ich meine, wir reden von der Stüddelhütte. Von der Stüddelhütte. Das ist neben dem Matrasshaus eine der berühmtesten Hütten in Österreich. Ähm, hä? Wie kann eigentlich diese Hütte in Schwierigkeiten kommen? Und ich finde es wichtiger, dass der Alpenverein, wenn eine Hütte irgendwelche Probleme hat, Rücklagen hat, um den Hütten unter die Arme zu greifen. Schließlich bekommen die, also ich meine, hallo? Wofür gibt es den Alpenverein und seine komplette Infrastruktur? Das ist doch schräg. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Das ist eine komische Kampagne. Aber unabhängig davon möchte ich auch sagen, sowohl die Stüddelhütte als auch all die anderen Hütten, ähm, die, die irgendwie sehr berühmt sind, setzen heute auf Massenabfertigung und Systemgastronomie. Das ist meiner Meinung nach eine der größten Fehlentwicklungen des 21. Jahrhunderts im Bergsport. Viele Leute könnten jetzt auch sagen, es ist die logische Konsequenz. Viele Leute drängen in die Berge. Das Angebot an Schlafplätzen ist sehr begrenzt, denn natürlich ist auch die Hüttenkapazität sehr begrenzt. Ähm, also ich kann ja meine Schlafplätze nicht endlos erweitern, weil ich brauche ja trotzdem immer noch Sitzplätze, damit die Leute auch was, wenn sie was essen wollen, also worst case unter Anführungszeichen, alle Leute wollen was essen. Wenn ich jetzt meinen Schlafsaal um 30 Betten vergrößern würde, dann brauche ich aber auch 30 Sitzplätze mehr. Ich verstehe das alles. Aber das ist dann immer noch nicht irgendwie der richtige Ansatz, die Hütten einfach immer weiter so lang auszubauen, bis man quasi die Hütte nicht mehr voll kriegt. Es ist schon schräg, weil gerade auch die Leerzeiten, die, also die, die, die Übergangszeiten im Frühling und im Herbst, wo man gerade erst aufgesperrt hat, also Ende Mai, Ende September, wo einfach weniger los ist, generell unter der Woche, auch auf den berühmten Hütten, nicht immer volle Auslastung, ist jetzt vielleicht Watzmannhaus und so weiter mal dahingestellt oder Pfeißhütte, aber sonst auch gerade am Rand der Saison eher nicht die Praxis, dass auch unter der Woche alles voll ist. Insofern verstehe ich das, verstehe ich das, diesen Gedanken auch gar nicht, dass man jetzt überlegt, okay, die Spitzenzeiten, die Spitzenlasten, die sollen wir auch zu 100% abfedern können, deswegen bauen wir die Hütte so lang aus, bis die Spitzenzeiten, bis in den Spitzenzeiten quasi jeder genug Platz hat. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Hütten natürlich sehr stark darunter leiden, gerade die Gletscherhütten, dass die Gletscher verschwinden, dass die Hochtouren nicht so attraktiv sind, ich meine, man muss sich das ja nur dieses Jahr anschauen, dieses Jahr sind die Hochtouren ja so unattraktiv wie schon seit Jahren nicht mehr, es hat so selten so wenig Spaß gemacht, auf Hochtouren zu gehen, für alle Leute, die dieses Jahr einsteigen, ich hoffe, es wird nächstes Jahr wieder schöner, ihr habt jetzt den Vorteil, dass ihr keinen Vergleichswert habt, aber gerade in den niedrigeren, Lagen, es sind Gletschertouren aktuell keine große Freude und natürlich leiden dann auch die Hütten darunter, weil das spricht sich relativ schnell darum, die Leute reservieren keine Hütten, weil es ihnen einfach keinen Spaß macht, bei diesen Bedingungen unterwegs zu sein. Ja, willkommen in der Wirtschaft, ich meine, ihr wolltet, liebe Hütten, ihr wolltet immer frei sein, ihr wolltet immer Kohle machen, ihr wolltet immer maximale Auslastung, gleichzeitig wolltet ihr immer auch die Gelder des Alpenvereins zum Ausbau und so weiter und es wurden immer Gelder seitens des Alpenvereins in den Ausbau investiert und jetzt, wo es nicht mehr läuft, da fragt man nach Spenden, das ist halt ein bisschen schräg, weil, warum seid ihr eigentlich in den letzten Jahren immer teurer und teurer und teurer geworden? Also ich denke da zum Beispiel an Hütten wie am Sonnenblickhaus, das sind schon lustige Preise, also ihr habt schon viel Humor, muss ich auch sagen. Ihr verlangt einfach das, was ihr glaubt, das ihr verlangen könnt, ohne dass es schon komplett kackendreist ist, aber in Wirklichkeit denkt sich jeder so, äh, ne, hä? Aber jeder muss es halt bezahlen, weil du hängst dir auf der Hütte fest, du hast ja jetzt schon Pech gehabt. Und diese Notsituation ist es ja keine, aber diese, naja, diesen Bedarf, diesen erzwungenen Bedarf der Leute im Prinzip zu decken, ähm, das nutzt ihr natürlich gerne und das verstehe ich auch, aber kleine, urige Hütten. Da hat man noch das Gefühl, man wird sehr herzlich willkommen geheißen, man kann sich mit dem Wirt auch über Gott und die Welt unterhalten, man hat Spaß, man hat, ähm, auch das Gefühl, dass man mit anderen Bergsteinen, die man einfach nicht kennt, ähm, weil sie am Nebentisch sitzen, einfach eine viel unmittelbare Connection findet, sich über die Tour unterhalten kann. Das sind meistens Berge, die auch etwas schwieriger sind, wo auch die Klientel etwas in, ähm, also in der, in der Range vom, vom, vom Können, von den Fähigkeiten, vom Skillset her, ähm, sehr begrenzt ist, wo halt nicht einfach sowohl der Wanderer als auch der Extrembergsteiger sitzen, sondern halt nur eine sehr spezielle Gruppe von Leuten beispielsweise, an einem Kletterberg oder so. Ähm, als Beispiel, als bestes Beispiel meiner Meinung nach gilt hier, äh, die, die Hütte am, am Kalbling, ähm, am, also Sparerfeld, Kalbling im, im, im Gesäuse, die, diese, äh, diese Kette, diese Gebirgskette, da ist das, das, ich glaub, das heißt sogar Kalblinghaus, Kalblinghütte, Kalblinghaus, bin mir gar nicht sicher, das ist so eine typische Hütte, da sitzen, ähm, auch am Wochenende, am, an einem kühlen September-Wochenende, sitzen da vielleicht zehn Leute in der Hütte, ähm, und man unterhält sich miteinander, auch der Wirt sitzt halt da und da wird so ein bisschen geplaudert, das ist eine urige Hütte, die ist auch mittlerweile relativ gut ausgebaut, die ist sogar relativ lächerlich ausgebaut, muss man ehrlicherweise sagen, plus Straßenzufahrt und so weiter, also es ist auch schräg, ja, aber das ist trotzdem noch eine Hütte, die ihren urigen und ursprünglichen Charakter extrem gut erhalten konnte, gleichzeitig gibt es dann eben Hütten, bei denen das einfach nicht der Fall ist und die finde ich auch nicht so schön und die besuche ich auch mittlerweile nicht mehr so gerne, weil die Frage für mich persönlich ist ja, was habe ich für einen Mehrwert bei einer Hüttennächtigung und der ist für mich jedenfalls auf der einen Seite natürlich das Wissen, dass ich die ganze Tour ein bisschen entspannter angehen kann, auf der anderen Seite aber auch das Wissen, dass man vielleicht auf der Hütte selber eine schöne Zeit haben könnte, aber für mich persönlich ist Hüttenleben mittlerweile keine schöne Zeit mehr auf so großen Systemhütten im Prinzip, Massenabfertigungshütten, sondern eigentlich nur noch Stress pur und ich will, ich will eigentlich dort immer nur im Bett liegen oder auf dem Zimmer sitzen, meine Ruhe haben, es ist immer laut, es ist immer, immer hast du irgendwelche Ego-Idioten, die darüber prahlen müssen und sich nur, wo es wirklich nur die ganze Zeit darum geht, was für Berge sie morgen machen werden und wie geil das nicht wird und dass das keine Touren für Anfänger sind und so weiter, also es ist irgendwie so eine aufgeladene Macho-Stimmung dann manchmal auch im Raum, das ist mir alles zu blöd, ehrlich gesagt, dafür bin ich, jetzt wollte ich schon sagen, dafür bin ich zu alt, nein, aber irgendwie dafür bin ich falsch und deswegen, ich mag so kleine Hütten und ich finde, dass man die viel mehr fördern sollte und ironischerweise, jetzt kommt der große Plot-Twist, ironischerweise, brauchen diese Hütten gar keine Spendenaufrufe, die gehen auch so, obwohl sie gar keine Massenabfertigung betreiben, jetzt ist natürlich meine Frage, wie kann das denn sein? Also kann man jetzt hier mal, schade, das ist ein Podcast, sonst würde ich hier dieses Surprised-Pikacho-Meme jetzt einblenden, aber es war doch Wahnsinn, oder? Hütten mit wenig Zulauf und normalen Preisen können sich einfach so finanzieren, das ist doch verrückt und eine Hütte, die Massenabfertigung anbietet, unzählige Leute, also gerade in den West, man schaut mal in die Westalpen, da ist das ja noch viel absurder als bei uns, ich möchte das jetzt nicht nur auf die Stühle Hütte beziehen, grundsätzlich, aber eine Hütte, die Massenabfertigung betreibt und überhaupt nichts Heimeliges oder kleines, ursprüngliches, Uriges bietet, die schafft das nicht, die schafft das nur mit absurden Preisen, absurden Nächtingungspreisen und absurden Getränke- und Speisekartenpreisen, nur dann geht das? Ich möchte an dieser Stelle ein Lob aussprechen, ein großes Lob, ein großes Lob, nämlich an die Simony-Hütte, die liegt am Dachstein und die ist immer relativ gut gebucht, mittlerweile in den letzten Jahren leiden sie auch ein bisschen darunter, dass die Gletscherbegehungen einfach nicht mehr so schön sind, nicht mehr so viel Spaß machen, aber es ist immer noch eine Kurshütte, und deswegen haben sie quasi eine Überlebens-Flatrate. Wer einmal als Kurshütte bei den ganzen Alpinen-Schulen durchgegangen ist, der wird es, ja, also der wird es immer schaffen. Aber trotzdem, ich muss hier ein Lob aussprechen, auch für Leute, die keinen Kurs dort machen, sondern einfach nur so zum Bergsteigen im Dachstein massiv unterwegs sein wollen, die Simony-Hütte ist keine Systemhütte, die Simony-Hütte macht keine Massenabfertigung, obwohl sie wirklich, wirklich viel Platz haben. Man hat auf der Simony-Hütte immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass man, dass man in einer heimelichen Hütte ist, dass die, dass die, dass die Wirte und das Personal als einfach so ein kleines, eingeschworenes Team ist, das sich kennt, natürlich brauchen auch die immer wieder mal die ein oder andere Aushilfe und so weiter, es funktioniert auch nicht alles perfekt. Aber sie schaffen es bei moderaten Preisen, gut, die Getränkepreise, darüber können wir mal reden, aber bei Halbpensionspreisen plus Nächtigungspreisen, das sind moderate Preise, die für eine Gletscherhütte, die nicht einfach so mit der Straße verbunden ist, wirklich in Ordnung sind. Und gleichzeitig sind viele Leute dort, aber die Raumaufteilung ist gut, sie haben sich viele Gedanken gemacht, das sieht man, auch wenn der Wirt, der aktuelle Pächter jetzt wahrscheinlich mit der Raumaufteilung nicht viel zu tun hat, aber von der Idee her, wurde sich da einfach Mühe gegeben, dass man trotzdem seine Grüppchen hat, dass man trotzdem sich auch mit einem anderen austauschen kann. Man merkt natürlich, es ist mehr los, aber es hält sich sehr stark in Grenzen und ich finde, das hat die Simoni-Hütte am Dachstein wirklich gut gelöst und ich finde, es ist nicht die schönste Hütte in den Ostalpen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es ist eine sehr schöne Hütte und ja, man kann von dort aus viel machen und sie nutzen ihre Monopolstellung an dieser Stelle halt nicht so krass aus, auch wenn sie natürlich eher ein Oligopol sind, weil natürlich auch andere Hütten dort vor Ort in der Nähe wären zum Beispiel. In diesem Sinne, die Podcast-Episode ist heute doch wieder ein bisschen länger geworden. Schau an, schau an, mit genug Zynismus füllt man sogar die halbe Stunde irgendwie auf. In diesem Sinne, schreibt mir gerne eure Lieblingshütten in die Kommentare, mich würden gerne eure Erfahrungen, eure guten und auch eure schlechten Erfahrungen mit Hütten interessieren. Das würde ich gerne hören, das würde ich gerne von euch wissen. Schreibt mir das gerne in die YouTube-Kommentare, schreibt mir das auch wirklich sehr gerne per Mail an kontakt at alpenacademy.at Da können wir auch gerne uns über sowas austauschen und vor allen Dingen werde ich es vielleicht auch aufgreifen, wenn ihr mir was per Mail schreibt, natürlich anonym, wenn ihr das ausseher wollt, explizit genannt werden, aber ansonsten natürlich anonym greife ich die Kommentare auch per Mail sehr gerne auf, können wir immer wieder mal darüber diskutieren, wenn etwas dabei ist, worüber ihr auch sprechen wollt, worüber es eurer Meinung nach einen Diskurs geben sollte. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Woche, wir hören uns nächsten Sonntag wieder, ich weiß, das ist jetzt fast schon ungewöhnlich, nachdem wir jetzt so eine lange Pause hatten, aber bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020